Zuruhr und so recht jetzt hier aber du musst du bist du und schon steckt dass sie auf den Antienloch und noch auf Stiegsdoppel das ist so nachher steckt sich die Sachen das Stichwort der Karte wie haus denn das scheißkommend ich soll gleich denn so fliegt hast du mich 112 mal getötet? Falschtür, ich lasse alle an meinen Punkten Was ist das? Hey, Jens Du bist ja, Mann Komm, du war da, Mann Na Na! Was ist das? Du wickst! Halt dein Malus! Ja, knell! Fick dir! Schau dir auf! Das ist ein Scheiss-Kondom auf deinen Hirn! Garne! So, basta! Was ist denn? Na, halt dein Malus! Bitte! Nein, 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 nein! Jetzt schon! Warte, was noch? Fick dir! Ja, warte mal! Ich lege einfach hier stehen! Hast du mir gerade in die Eier geschossen? Hast du mir gerade in die Eier geschossen? Auf meinen Kopf! Fack dir gar nicht! Kein Scope! Wieso? Kein Scope! Alter! Ich muss ja stehen! Fack dir Loser! Fack dir gar nicht! Ich bin krank! Warte mal! Das sieht aus wie normal aus! Ich bin noch ein Basta! Das ist ganz schwach! Ich muss mich voll flicken! Warte mal! Schchnecke! Ja! Maut rein! Unab' um mir zu sneaken! Older! Vals! Bin ich gut! Hä? Wes? HILD HA HA BUS GENIEF Na Sie schon HA Du bist bei einem so invisible geworden HA Ah ja genau Seine Hose Warst du unsichtbar Paul Sieg dich wieder Sieg dich wieder Was ist denn mit dir Halt deinen Maul Jetzt bist du schon wieder unsichtbar! Was ist unsichtbar? Na put***! Du bist... So... Hallo! Entschuldigung! Shit! Ich schenke! Du bist so unfair, du Hacker! Du bist... Was ist schenke? Du warst mitten im Boden und dann bist du das ganze Feld krass! Ich hab dich geheadshotet! Voll wundern! Oje! Alter! Lukas! Schwimmerspiel! Was denn? Was denn? Geht auf Disco? Das Verzeugnis da! Egal Disco! Was ist schenke? Was ist schenke? Sag! 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 Denk, warum bist du? Ich brauche und nehme dir vorbeigommen! Das ist schenke! Ich bin so ein soziales... Das ist schenke! Aber das war die ersten Mal, dass wir es auf fuller... Das ist schenke! Du bist schenke! Nichts! Ich habe nicht mehr. Dann gehe ich auf Beaculous und dann auf 5,7! er hat er leidig lockern von Notre Dame und die Duell-Baretas auch die Lidige KT-Termitts-Wiebaut aber es ist eine Zeit der Beleihung schon versorgen Entschuldigung. Hauptsache du beleidigst Sachen. Du hast schon gerade eine Sache. Ich finde ja du hast einen gerade beleidigt. Schau dir vor. Scheisse. Du hängst die ganze Zeit. Warte, ich hab's gerne mal auf meine Augen. Der ist voll lustig. Schau Achtung. Ja. Was? Hä? Ja, jetzt bist du auch auf allem dumm. Timo, Timo hei ins Sieghotel. Ja, ja, ja. Und du hängst. Und dann hängst meine. Das ist richtig geil. Ja, ja, weißt du schon. Ja, du schon. Ja, ja, du schon. Du hängst. Du hängst. Ja, du hängst. Ja, ja. Bitte, weißt du. Nimm für einen Tag so, dass du mit Ukraine umranden siehst. Nicht, gell. Weil das ist einfach lustig, gell. Ja, ja. Ich hab' gar nicht. Ich lieb' dich. Ich hab' vielleicht in Richtung Kieseladen. Ja, und Snoke Granate geschossen. Die Siegling. Ja, ich schieße erstmal die Snoke Granate. Die Siegling. Okay. Bereits. Du findest mich eh in mir. Wir haben auch genug, um die zu finden. Mhm. Man, sie hat den Kirschrank heilig. Mhm. Ah. Die Library. Ich hab' gestummelt dazu, oder? Ja, ich hab' gesehen. Zehnmal neben dir vorbeigesehen. Was? Du bist gerade zehnmal neben dir vorbeigerein. Ach so, bist du ein Objekt? Na! Ich hab' super hinterb! Wo bist du? Bei mir drinnen. Wo dann? Die Schrankträgerinnen. Ich hab' schon wieder kackt. Ich hab' gar nicht. Lukas? wir haben jetzt doch aber genau er wird sich in der serie schreibt er hat mich so zornig gemacht ich muss mal ein wagen erwachsen alex alex erstes hallo 4 hütteln und alle ich bin ich bin ich bin ich bin eigentlich haben schon seit der ersten Sekunde gecheckt, wenn ich ins Haus gekommen bin jaja Alex Alex er mir versteckt unten ist Mock bei Schleswig-Hunger Kier für die Kamerung die Gruppe aber ich muss jetzt nicht nachfragen ich muss jetzt nicht nachfragen, ich brauch's zu lang wow hast mich gefunden ähm 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 Alex, bisschen schneller wie Kipho hat mich so erschreckt das macht mich so erschreckt Oh mein Gott! Hä? Du bist auch ein paar Mal? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.